Wenn's neues Merch von der Lieblingsband gibt. Wenn der Lautstärkeregler noch nicht am Anschlag ist und man gerade seine Lieblingsband hört. Wenn man Karten für sein Lieblingskonzert bekommen hat. Wenn das EMP Magazin im Briefkasten ist. Wenn der Lieblingssong gespielt wird. Wenn man auf der Straße jemanden in einem Metal-Shirt trifft. Wenn man schon Monate vorher das nächste Festival planen kann. Wenn das neue EMP-Paket ankommt. Wenn man eine Bierdose öffnet und es in deinen Ohren richtig zischt. Und zu guter Letzt, wenn man ein Autogramm von seiner Lieblingsband bekommt. Bis zum nächsten Mal.